Meine sehr verehrten Damen und Herren, nun folgt die Goldmedaillengewinnerin Hanna Brandt mit 460 Punkten bei der Europa Gymnasium Home Challenge 2020. Die Goldmedaillen Hanna Brandt mit 460 Punkten bei der Europa Gymnasium Home Challenge 2020. Die Goldmedaillen Hanna Brandt mit 460 Punkten bei der Europa Gymnasium Home Challenge 2020. Die Goldmedaillen Hanna Brandt mit 460 Punkten bei der Europa Gymnasium Home Challenge 2020. Untertitelung des ZDF, 2020